Auf dem Weg, Marseille. Ein Beitrag von 280 Countries. Marseille war zu allen Zeiten das Tour nach Nordafrika. Wir laufen durch die Rue de la Republique zum Alten Hafen. Unsere Corsica-Reise beginnt mittags mit einem Lufthansa-Flug von München nach Marseille. Dunkle Wolken empfangen uns, aber schon am späten Nachmittag lade es auf und in den folgenden Tagen ist die Sonne unser ständiger Reisebegleiter. Wir nehmen den Flughafenbus zum Bahnhof Saint-Charles. Dann noch mit der Metrolinie 2 zur nächsten Station, Jules Gusté, und wir sind in der Nähe unseres Hotels. Rue de la Republique. Unser Apartment-Hotel Adagio liegt zentral in einer ruhigen Parallelstraße zur Rue de la Republique. Im Zweiten Kaiserreich unter Napoleon III. wurde sie als Rue Imperial im Jahr 1864 eröffnet. Zuvor mussten für den Bau 935 Altstadthäuser abgerissen werden. Diese Prachtstraße im Pariser Klassizismus des Georges-Eugène-Haus-Mann verbindet den Neuen mit den Alten Hafen. An ihrem Ende steht die Augustiner Kirche Saint-Ferriol mit ihrer Fassade im neobarocken Stil. Auf dem Platz befand sich im 12. Jahrhundert eine Niederlassung des Templerordens. Der Vieux-Port mit reicher Geschichte Seit 2600 Jahren ist der alte Hafen Schauplatz der Geschichte. In der Antike entwickelte sich die griechische Stadt Massalia auf der Nordseite des Hafens und ab dem 17. Jahrhundert wurde auch die südliche Seite besiedelt. Seitdem wird die Zufahrt zum Hafen von zwei Festungen überwacht, dem Fort Saint-Niglas und dem Fort Saint-Jean. Im Jahr 2013 wurde der Vieux-Port fußgängerfreundlich umgestaltet. Norman Forster hat einen Pavillon an das östliche Ende des Hafens gestellt, der aus einem 46 x 22 Meter großen Dach besteht, das auf dünnen Stützen ruht. An der Unterseite ist eine polierte Edelstahlplatte montiert, die wie ein Spiegel wirkt und das Geschehen unter dem Dach und darum herum reflektiert. Vom Blasso Ue setzen wir mit einer solarbetriebenen Fähre zum Rathaus über und genießen den Blick auf die Festungen in der Hafenausfahrt und auf die Basilika Notre-Dame auf dem Hügel Lagarde. Anschließend bummeln wir noch durch das Kaufhaus Galerie Lafayette. Am nächsten Morgen hören wir den talentierten Klavierspielern im Bahnhof Saint-Charles zu. Bis Dezember ist dort und in anderen Bahnhöfen ein Klavier zur allgemeinen Benutzung aufgestellt. Diese Aktion der SNCF erfreut sich bei Zuhörern und Spielern großer Beliebtheit. Wir nehmen den Mittagsexpresszug entlang der Küste nach Nizza mit einer kurzen Unterbrechung in Cannes. In Nizza wollen wir nach einer weiteren Übernachtung die Fähre nach Corsica nehmen. Der Beitrag dazu lautet Corsica, die vielfältige Insel. Diese Reise fand im September 2014 statt. Ich reiste mit meiner Frau. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören! Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören!